Willkommen bei einem weiteren Video hier von SusuGyo. Ja, und ich würde sagen, wir spielen hier einfach mal ganz gechillt erstmal. Nein, nicht gut. Nicht online, erstmal ein paar Ründchen. Ja, und gucken mal, wie es hier so läuft. Bei denen läuft es auf jeden Fall, die sind ziemlich groß. Nein, nicht nett. Okay, nochmal ründern, mal gucken, ob ich da bitte mehr Glück. Nein, nicht gut. Und gleich online. Ja, ich spiele online. Nein. Oh. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Gute altbewährte Technik. Oh, da gibt's Essen. Ja, ähm. Yummy, yummy. Nein! Da macht der mich einfach fertig. Ground floor, please. Geht gar nicht. Das läuft so gar nicht bei dem. Das finde ich echt. Ich muss nicht los in Ruhe seine Beute essen. Und dann kommt der einfach und frisst eine auf. Das geht gar nicht. Da ist was leckeres. Da ist was leckeres. Da ist noch was leckeres. Und hier ist noch ganz viel leckeres Essen. Das Problem ist halt, dass es einfach übelst mühsam ist, da etwas größer zu werden. Also, dass man die anderen einmal so umkreisen kann. Oder man hat halt einfach extrem Glück und wird von irgendjemand von der Seite gerammt. Und kriegt dann seinen leckeres Essen und kriegt dann seinen Leckerhapper oder man findet es irgendwo. Einfach, warum man vergessen hat. Und da hat man auch Glück. Das ist echt das Problem, man wird einfach nicht schnell und groß genug, um halt jemanden empfangen zu können. Und man braucht halt einfach ewig, um groß genug zu werden. Und man hat halt irgendwo Glück, wie ich meistens und finde. Dann kann man irgendwas essen, was von irgendjemandem... Nein! Böser Bubi, böser Bubi! Nein! Mann, ich bin gerade am... Ah, man kann es auch so wegmachen. Mann, immer wenn man anfängt, etwas größer zu werden. Dann findet ein irgendjemand noch größeres. Vor allem Manu, das... Irgendjemand hört mich ein. Nein. Ja, der ist groß, da gibt es Essen zum Essen. Nein! Ich wollte Essen nicht essen werden. Oh, die sind gut, die Tane. Die schmecken lecker. Nein. 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 Nein! 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 Ich kann eine neue Schule entdecken. Will ich nicht. Ganz ehrlich. Ich esse gar keinen Bock. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Diese Werbung. Mann, Mann. Nein! 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 Und was dann auch so auf meinem Kanal läuft... Warte, ich mach einfach immer... Oh, lecker schmecker. Oh, ich werde langsam größer. Aber hier sind sehr viel größere. Nice. Ich bin ultra groß. Meischel. Ich verbisse mich. Ich bin einfach ultra lang. Soll ich mal probieren, so einen ganz großen... Kleine. Mann, Mann, Mann. Ich möchte nicht von so einem kleinen Typ wiedergekillt werden. Dann dreh ich durch. Wieso werden die anderen eigentlich immer... Also nicht nur so ganz dünn, aber dafür lang. Das kann wahrscheinlich doch nochmal... Ich möchte nochmal größer sein. Mein Problem ist, ich benutze diesen Speed einfach extrem ungerne, weil man aber was von seiner Größe verliert. Und das finde ich einfach unschön. Ich mach einfach nicht gerne. Nein. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Nein, bitte nicht. Nein. Scheiße, nein. Kriegt man den jetzt noch irgendwie tot? Kann ich es schaffen, dass er mich rammt oder so? Und der dann stirbt. Ich will nicht sterben. Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Deine böse Wichtigung. Mann. Tja, tja, tja. Ich würde sagen, dann lasse ich die Folge einfach mal bei dir und tschüss.